Naja, die macht ja auch keiner, ne? Also da heute Morgen dieser Mann, der den Schlüssel haben wollte... Hat ja auch gebühelt. Nein, aber er hat mit der Frau so geredet. Die lag ja nun da auf der Matte, auf der Yogamatte. Ach, die wollte Yogamatte? Ja. Und dann kam dieser Typ und hat ihn nach Strich und Faden platt gemacht. Hm, so war das. Ja, aber ich konnte doch noch einen Abendrück warten, bis das... Ja, sie ist mein Mensch, so ist er gegeben. Den konntest du nicht finden? Ach, die dumme Gansche, die konnten wir nicht finden? Ne. Wo war der denn? Wahrscheinlich hat er den verloren. Dass ich eben Yoga gekriegt habe... Scheiße. Ach. Jedenfalls haben wir... ... die Krankenschwester geholt, wie meine schlimme Handverbote. Ja, das war sehr wichtig. Und zur rechten Zeit, sofort eingetrascht und die Fahrpflaster erbaut. Okay. Okay.